Abäppeln. Oft anstrengend, zeitaufwendig und teuer. Damit ist jetzt Schluss. Der neue HIT Aktivstahlroboter ActiveCleaner säubert vollautomatisch und kostengünstig Ausläufe und PadDocs in der Gruppenhaltung. Gelenkt durch Kameras und eine intelligente Software, steuert der ActiveCleaner gezielt die Äppelhaufen an und sammelt sie ein. Die Ladekapazität beträgt bis zu drei Haufen. Nach dem Einsammeln der Äppelhaufen entlädt der ActiveCleaner seine Ladung am Mistlager und beginnt seine Tour von Neuem. Die Pferde gewöhnen sich sehr schnell an das neue Gruppenmitglied. Im Weg stehenden oder liegenden Pferden und auch Gegenständen weicht er sicher aus. Die Beobachtung der zu säubernden Fläche und die Positionserfassung der integrierten Erkennungspunkte in der Abdeckhaube des ActiveCleaners erfolgt durch Kameras. Seine optimale Sammelroute findet der ActiveCleaner durch maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz. Wechselnde Untergründe, Steigungen und Zaunpassagen bewältigt der ActiveCleaner spielend leicht. Auslaufbereiche, die aufgrund der Bodenbeschaffenheit nicht mit abgesammelt werden können, werden bei der Inbetriebnahme des Systems aus dem Arbeitsbereich des ActiveCleaners herausgenommen. Verbrauchsoptimierte Ladezyklen an der intelligenten Ladestation sorgen für einen dauerhaften und sicheren Betrieb. Die Inbetriebnahme, Steuerung und Überwachung des ActiveCleaners erfolgt einfach und bequem mittels Handy, Tablet oder PC. ActiveCleaner – die Zukunft fährt durch Ihren Pferdestall.